hallo leute ich hoffe herzlich willkommen ich hoffe euch geht es gut und zwar wir haben heute das erste mal bei timo bestellt und heute in dem video geht es darum einfach zu gucken wie ist das ganze verpackt wie ist die qualität und wir hatten halt vier prozente also es war viel reduziert deswegen haben wir mehrere sachen bestellt ja und jetzt sind wir mal gespannt mein mann packt jetzt das ganze auf paket und dann also das sieht ganz gut aus wie das so verpackt ist mal gucken das ist einmal die bettwäsche haben wir bestellt also nicht bettwäsche als im bettlaten also es ist ganz gut verpackt dann haben wir was fürs badezimmer bestellt kann man sich so in die dusche machen dann einmal kindersteckdosen ausprobieren können wir auch ganz günstig bekommen dann habe ich mir eyeliner schablons bestellt weil ich einfach mal ausprobieren wollte dann einmal ein armband dann habe ich mir so dass es zum abnehmen wohl damit soll man irgendwie abnehmen das kann man am arm tragen am bein tragen dann glas fürs handy dann sind das so knieschoner zum krabbeln für babys das weiß ich jetzt gar nicht was das ist ach so und das ist hier so ein auch für babys zum laufen lernen dann kann er so rein und sie können festhalten dann hat mein mann sich noch ein portemain bestellt das sieht ganz gut aus dann ist das hier so eine handyhülle pack das mal aus das sind einmal socken 1 euro 1 euro haben die gekostet und 1 2 3 4 5 6 paar für 1 euro dann haben wir hier so eine uhr bestellt dann haben wir hier so eine uhr bestellt das ist hier für das badezimmer auch da kann man so kernseife rein machen genau und das ist hier so ein bronzer habe ich mir bestellt das ist hier so eine wie heißt das für kopfmassage und das ist auch cover und das sind hier so für die für ein schrank auch kindersicherung das ist ein concealer und dann ist hier so ein ring das war es so jetzt gucke ich mal wie die sachen so sind und wenn ich die alle ausgepackt habe geguckt habe dann sage ich euch wie die qualität ist ob wir zufrieden sind ja das ist das bettlaken also das bettlaken das gefällt mir sehr gut es passt komplett drauf und die qualität fühlt sich auch ganz gut an und genau und die ganzen sachen die ich euch gezeigt hatte was wir bestellt haben die haben 105 euro gekostet und wir haben 55 euro bezahlt und womit ich nicht zufrieden bin ist hier dieser concealer und zwar wenn man den auf macht da kommt gar nichts raus also es kommt nichts raus also deswegen dafür kann ich also ist gar nicht gut da schicke ich auch zurück also von meiner seite aus kann ich euch nicht empfehlen da make-up zu kaufen genau und das hier zum beispiel das ist gut ja aber es ist nicht so stabil wie man denkt aber also mein kleiner konnte darin laufen aber es hat auch schon irgendwie gerissen genau und die anderen sachen also von meiner seite aus kann ich euch sagen so wenn man so kleinigkeiten hat so die kann man bestellen aber so große sachen würde ich da gar nicht bestellen also ich bin eher nicht so zufrieden also die socken sind auch jetzt nicht so also keine gute qualität also sehr dünn ja seht ihr es war es nicht 1 euro es war es 3 euro ja also es war nicht 1 euro sondern die socken haben 3 euro gekostet und ähm das ist auch nicht gut quality vom darp ja das pip money ist auch nicht so gut und zwar die ähm knieschoner hier die ich gekauft habe für meinen kleinen die finde ich äh die sind auch ganz schön eng also ich dachte die sind mehr elastischer aber sind sie nicht aber mal gucken so so also wenn ihr kleinigkeiten habt dann also zum beispiel hier so ein kleber hier oder so dann könnt ihr also würde ich euch raten da was zu bestellen also ansonsten eher nicht also ich bin also am meisten bin ich zufrieden hier mit dem bettladen sonst nicht ne ok gut dann bis zum nächsten mal danke fürs zuschauen und ihr könnt mir gerne ein like da lassen danke tschüss tschüss so so so